Musik Du möchtest mal selbst einen Roboter programmieren? Du bist neugierig, wie Hard- und Softwaren hinter deinen Geräten funktionieren? Du willst wissen, was Hacken ist? Du hast noch nie gelötet, aber willst es mal ausprobieren? Du hast Spaß am Basteln und Bauen? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir laden dich ein, an unseren Hack-Nachmittagen in verschiedenen Bereichen der Technik zu schnuppern, unterschiedliche Geräte und Apps auszuprobieren und damit zu experimentieren. Musik Alle im Alter von 8 bis 12 und 13 bis 16 Jahren sind willkommen. Musik Jugendhackt.org Slash Hello World Linz Musik 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 Musik